Hey, in diesem Video zeige ich dir, wie du in League of Legends die Sprache ändern kannst. Dazu starten wir den Riot Client. Den suchen wir hier einfach und danach klicken wir hier drauf. Dann erscheint dieses Fenster hier und hier ganz oben rechts sehen wir unseren Account. Da klicken wir drauf und dann klicken wir hier in die Settings rein. Danach klicken wir hier auf League of Legends und dann können wir die Sprache auswählen. Ich habe es auf Englisch gestellt und wenn ich es zum Beispiel auf Deutsch umstellen möchte, klicke ich dann hier einmal drauf, wähle Deutsch aus und das war's. Ich schließe das Fenster und wir sehen, dass League gerade geupdatet wird, die Sprache wird umgestellt und wir sehen, dass alles jetzt auf Deutsch gestellt wurde. Wenn dir dieses Video geholfen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und tschüss.